Herzlich Willkommen! Das letzte Wochenende im alten Jahr oder im aktuellen Jahr, muss man sagen, 2021. Wir haben den 26. Dezember und daran erkennt man schon, dass wir nicht mehr lange Zeit haben, um noch in diesem Jahr etwas zu handeln, was aber gar nichts bedeutet im Day-Trading, denn auch im nächsten Jahr gibt es wieder ganz, ganz viele Handelstage und in diesem Jahr noch genau vier Stück und auf diese vier möchten wir entsprechend abzielen mit der DAX-Analyse, mit meinen Gedanken als Andreas Bernstein, Fit4Finanz in dem Kanal, der dich mit Informationen versorgt und dass es nur Informationen sind, das steht auch noch einmal im Disclaimer, entsprechend als Risikohinweis verankert, denn es ist keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung, sondern nur meine persönliche Meinung und natürlich auch zwischen den Feiertagen hier sichtbar, jeden Sonntag erstelle ich meine Wochenprognose und unterhalb der Woche, also jeden Handelstag am Morgen meine Morgenprognose. Ob da morgen viel passiert, das weiß ich natürlich heute auch noch nicht, aber ich weiß, dass ich ein schönes Fest hatte bisher. Also gab auch schön Post, hier Andreas hat Post gekriegt, frohes Fest, es gab eine Kombination aus Schokolade und Kaffee, Kaffee-Kreationen, Kaffee-Schokolade sogar, Weihnachtsschokolade, alles Mögliche, ganz lieben Dank an all diejenigen, an dich, falls du mir was zugeschickt hast und natürlich auch, wenn du den Kanal abonnierst, gilt auch dein, mein Danke an dich, so wollte ich es ausdrücken und die Analyse dir nicht vorenthalten, die ich schon einmal hier mit dargestellt habe, ohne Ticker, selbstverständlich, die Börse hat ja geschlossen gehabt, schon am Freitag, am Heiligabend, wir befinden uns in den letzten Handelstagen 2021 und das sah in der Vorwoche, ich blicke ja immer erst einmal ein wenig zurück, gar nicht so gut aus, denn am Montag ging es erst einmal rapide nach unten, bis 15.060 Punkte, was sich im Nachhinein als Kaufchance erwiesen hat, buy the dip, das war ja ein Thema, was wir am DAX oder in den Märkten allgemein in diesem Jahr sehr, sehr oft erlebt hatten und die Mutigen haben vielleicht schon zugegriffen in der Region und können sich nun darüber freuen, dass diese breite Unterstützung gehalten hat, also um die 15.000 skizzierte sie sich, Anfang Dezember waren wir im Tief bei 15.015 Punkten, in dieser Woche eben 15.060, danach ging es wieder nach oben, das Gap, diese riesen Kurslücke, die wir hier hatten, die wurde auch geschlossen, ja, in der Woche zuvor wurden alle Gaps geschlossen, diese Woche nicht ganz, es waren vielleicht auch die Nachwählen vom Hexensabbat, die uns am Montag bekleideten, du hast das vielleicht in Erinnerung der dreifache Verfallstag an den Future- und Terminbörsen, der hat dafür gesorgt, dass die Kurse im Vorfeld volatil waren und dann natürlich auch nach den ganzen Notenbanken noch einmal vielleicht Positionsbereinigung zum Jahresende hier stattfanden. Man spricht häufig von der Jahresendrallye, von der Weihnachtsrallye, vom Jahreswechseleffekt, wie auch immer du das ausdrücken möchtest. Fakt ist, dass es statistisch oftmals an den letzten Handelstagen des Jahres zu einem Anstieg kommt und so war es dann auch, ich habe das mal bis zum Mittwoch als relativ erholsam empfunden, also das war im Grunde genommen nur der Pullback, der Rücklauf an die 15.420, die Tiefs vom Freitag, vom Verfallstag und alles, was darüber hinaus war, ist eben dann keine Korrektur mehr, sondern, ja, das war eine Revidierung, ein Reversal, vielmehr das Gap wurde dann geschlossen, zu Freitag zum Schlusskurs über 15.500 und, ja, am Mittwoch Dornas, da ging es noch weiter, die Woche schloss auf den Tages, auf einem Tageshoch 1,4% hat der DAX zurückgelegt, dann, nachdem Wochenauftakte, sehr, sehr erstaunlich, 700 Punkte lagen zwischen hoch und tief, recht genau sogar, ja, und man hat hier das Gefühl, dass der Schwung auch weitergehen könnte, ob er weitergeht, das weiß man natürlich nicht, das werden wir uns charttechnisch ergründen, was dafür spricht, was dagegen spricht, das war zumindest der letzte Move vor Weihnachten, der dann über diese 420er Marke darüber entschieden hat, dass es nicht nur ein Rücklauf nach oben war und dann die Korrektur der vergangenen Wochen nach unten weitergeht, sondern, dass wir vielleicht schon einen Trendwechsel erleben und den letzten, das letzte Indiz, dass es ein Trendwechsel ist, das wird sich herausstellen, wenn wir über die 15.800 laufen und im Idealfall natürlich auch wieder mit Momentum. Momentum war nicht unbedingt das, was man erwarten konnte vor Weihnachten, häufig nach dem letzten Verfallstag und vor Weihnachten düngt das Handelsvolumen aus, ja, war auch diesmal so, zum Verfallstag noch über 7 Milliarden Umsatz in den Aktien auf Xetra und ja, am Montag dann immerhin noch 3,6 Milliarden und dann ist es abgeklungen, 2,6 am Dienstag, am Mittwoch und Donnerstag jeweils rund 2 Milliarden, dennoch die Handelsspanne keineswegs einschläfernd oder besinnlich oder ruhig, wie es so schön heißt, um die Weihnachtszeit, sondern mit 150 Punkten im Schnitt durchaus ansehnlich. Also da hatten wir schon Volatilitätsschwächere Wochen in diesem Jahr erlebt. Warum ging der Markt auch so nach oben? Nun zum einen wenig Verkäufer, die starken Werte werden nochmal gekauft, das Thema Inflation spielt eine Rolle, vielleicht wurden auch die Weihnachtsgeschenke nicht rechtzeitig geliefert, die man bestellt hatte. Dann verschenkt man vielleicht einen Aktiensparplan, einen ETF-Sparplan, vielleicht auch eine Einzelaktie, kann man ja auch alles übertragen von Depot zu Depot und die Lage in den USA dies weiter. Gut, Joe Biden, das Rettungspaket bzw. das Konjunkturpaket steht im Fokus. Die Preise am Erdgasmarkt haben auch mal zwischenzeitlich ein bisschen korrigiert von den Rekordhochs und die Aktien waren wieder gefragt, die Lieblinge, die wir zuvor schon abgestraft hatten. Eine Tesla ist von der 900 abgeprallt, stand am Ende der Woche sogar bei 1060 Dollar, also mal schnell 16, 17 Prozent nach oben binnen weniger Handelstage. Auch da eine technische Korrektur und der S&P 500, das marktbreite Börsenbarometer von der Wall Street, hat auf dem höchsten Stand in seiner Geschichte geschlossen. Man sieht hier im Tagesschart, was das für drei starke Tage waren, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und hier der höchste Schlusskurs der Geschichte. Ja, Intraday waren wir noch nicht auf einem neuen Allzeithoch, aber das waren wenige Punkte. Also wenn das hier so weiterläuft zwischen den Jahren vom Muster her, wenig Abgabedruck und trotzdem eine robuste Nachfrage auf breiter Ebene, dann ist am Montag, Dienstag, vielleicht Mittwoch oder Donnerstag ein neues Rekordhoch im S&P. Ausgemachte Sache und davon dürften sich auch die anderen Märkte so ein Stück weit anstecken lassen. Wir hatten in den letzten Wochen häufig über Dreieger gesprochen, da gibt es gar nichts mehr zu konstruieren. Es gibt nur noch einen Abwärtstrend, den man einziehen kann oder sagen wir mal zwei. Der eine ist im Stundenchart von den letzten Hochs in diesem Monat ausgehend. Die habe ich mal verbunden und da sind wir zum Schlusskurs am Donnerstag auch schon leicht drüber. Haben ganz knapp drüber geschlossen. Also ich habe es mal grün eingezeichnet. Das könnte ein kleines Kaufsignal werden und dann so ähnlich wie beim Domino. Ich weiß nicht, wer Domino gespielt hat über die Festtage oder das Spiel aus seiner Kindheit noch kennt. Wenn die ersten Steine fallen, dann sieht das immer so ein bisschen aus wie, ja was passiert denn heute noch? Und dann am Ende sieht man, wow, eine Riesenschlange, ein paar Türmer, Bergtal. Da kann man ja die wildesten Wimpel und Wippen noch mit einbauen übrigens. Und so könnte es auch im Chartbild laufen. Also ein kleiner Spike über eine Abwärtstrendlinie gibt das erste Signal. Das zweite wäre dann, wenn wir das Hoch rausnehmen vom 16. Dezember. Danach sind wir auch ganz schnell beim Hoch vom 13. Dezember und dann beim Hoch des Monats. Und darüber ist ein kleines Gap über der 15.834. Das letzte Gap vor der 16.000. Und dann kommen wir nämlich in das große Chartbild hinein. Das ist grau gezeichnet, dieses Gap. Und wenn wir hier weiter nach oben laufen, in das Gap hinein, in die Kurslücke, über die Kurslücke hinweg, bei 16.000 vielleicht gar nicht stoppen, weil es nur eine psychologische Marke ist, weil charttechnisch das nächste Gap knapp unter 16.100 verankert ist, dann reden wir auch schon fast wieder über die Allzeithochs. Jetzt sind wir noch 500 Punkte von den Allzeithochs entfernt und zu den Tiefs der letzten Monate über 700 aktuell. Also viel näher am Allzeithoch als am Mehrmonatstief. Das sah Anfang der Woche noch genau umgekehrt aus, logischerweise. Also man sieht es im großen Chartbild. Das ist der Stundenchart zusammengeschoben, wie schnell sich so ein Bild wandeln kann. Man muss flexibel sein als Daytrader. Das hat die Woche nochmal ein paar Excellents gezeigt. Also was mich aber ein wenig skeptisch macht, dass wir so weiterlaufen, das Momentum war schon sehr hoch, 700 Punkte. Da kam häufig im DAX in den letzten Wochen immer wieder eine Korrektur. Und wir sind nahe der 15.800. Und das ist die große Range. Und da stellt sich die Frage, Ausbruch, ja mit Dynamik oder wieder in der Range verbleiben. Da möchte ich auf meinen kleinen Chart mal eingehen. Das sieht man dann auch bei Guidance als Beispiel. Also hier die Hoch- und Tiefpunkte ein bisschen zusammengeschoben aus den letzten Monaten. Und dann fällt hier sicherlich auch ins Auge, dass wir ab April, Mai immer wieder in dem unteren Bereich. 15.000, 14.800 Käufer gesehen haben. Und über der 15.800 hier zum Beispiel im Juni. Dann zum Beispiel im Juli. Dann sind wir mal drüber gelaufen. Im August, September wieder abgeprallt, hier nochmal abgeprallt, Ende Oktober. Und natürlich hier nach dem Black Friday Gap, was fast geschlossen wurde, am 7.12. Dann auch nochmal nach unten abgeprallt. Also vielleicht bleibt uns die Range hier weiter erhalten. Das wäre der rote Pfeil, wenn es mit Dynamik über die letzten hoch, das hatte ich mit der Trendlinie ja hier quasi ausstaffiert, steigen sollte und Momentum reinkommt. Dann wird die Range auf der Oberseite verlassen. Dann sind auch viele Swing-Trader bereit, in den Markt einzusteigen und sich entsprechend zu positionieren. Positionieren möchten wir uns auch inhaltlich. Der Markus Klebe vielmehr und ich. Vielmehr sind auch nicht übrig geblieben. Ich wollte es nicht durchstreiken. Der Christian Kemmerer in Weihnachtsferien. Der Bernd Moorman in Weihnachtsferien. Der Markus Klebe und ich. Wir sind Maschinenroboter. Wir sind immer da. Und deswegen auch am Montag den Live-Trading-Room. Ab 15.30 Uhr, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 10 Uhr. Je nachdem, was los ist an der Börse. Etwas länger, etwas kürzer. Komm gerne hinzu, stell deine Fragen und schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei, wo ich dieses Video hochladen werde. Und wenn ich tägliche Marktberichterstattung auch zwischen den Tagen halte, wenn was passiert, bin ich gerne da. Du wirst es auf dem Kanal entdecken. Ansonsten als Termine nächste Woche natürlich ab 8.30 Uhr ungefähr. Dann geht es los. morgendliche DAX-Analyse und zwischen den Festtagen gibt es auch einen kleinen Link, wo du dann handeln kannst. Aber ich kann so viel schon mal verraten. DAX Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ganz normaler Handel, Freitag nichts. Und an den Wochenterminen gibt es auch jeden Tag etwas, was man sich genauer anschauen könnte. Hier ist die Textform. Und ich habe natürlich auch die entsprechenden Prognosen hier vorbereitet. Am Montag der Dallas-Fed-Herstellungsindex. Am Abend dann noch die CFTC-Daten, die normalerweise freitags kommen. Da war aber Börsenfeiertag. Also Montagnach gelagert, Dienstag der Redbook-Index aus den Kaufhäusern. 15 Uhr Immobilienpreisindex, 16 Uhr Richmond-Fed-Produktionsindex. Am Mittwoch Daten aus der EU, die Geldmenge M3 und die Privatkredite. 10 Uhr 14.30 Uhr Warenhandelsbilanz und die Großhandelsinventare. Und am Donnerstag, dem letzten vollen Handelstag des Jahres, die ersten Anträge auf Arbeitsloser Unterstützung. Mit den Folgeaufträgen 14.30 Uhr Anträgen, nicht Aufträgen. Und 15.45 Uhr noch der Chicago-Einkaufsmanage-Index. Damit sind wir in diesem Jahr mit Terminen durch. Mit Mails noch lange nicht. Da gibt es auch noch eine Jahresabschluss-Mail. Sehr gerne von mir. Würde ich mich freuen, wenn du auch das abonniert hast. Und wenn wir uns in diesem Jahr noch das ein oder andere Mal sehen. Und im nächsten Jahr natürlich auch. Falls es nicht der Fall sein sollte und das das letzte Video ist, was dich erreicht von meiner Seite. Dann wünsche ich dir schon jetzt einen tollen Übergang ins neue Jahr. Mit ein paar positiven Vorsätzen nicht zu viel. Denn das überfordert auch. Das ist so ähnlich, wie wenn man seine Strategie, sein Sportpensum und alles Mögliche an einem Tag ändern möchte. Erstens braucht es nicht unbedingt einen Tag, um etwas zu ändern. Du kannst jeden Tag anfangen damit. So viel von meiner Seite aus motivationstechnischen Gründen. Und zum anderen ist es so, wenn man sich zu viel vornimmt, dann ist es so ähnlich wie mit einem Riesenberg Holz im Garten, was man hacken möchte. Also lieber klein anfangen, ein paar Scheite hacken für den Kamin am Abend und dann sich steigern oder dem Sport langsam beginnen und dann langsam steigen. Dann macht es auch Spaß. Man ist nicht demotiviert, wenn man große Ziele nicht erreicht. Also insofern, dein kleines Ziel sollte womöglich sein, morgen früh hier einzuschalten. Ansonsten wünsche ich dir einen tollen Übergang ins neue Jahr. Bleib gesund vor allem. Bis dahin, dein Andreas Bernstein. Bist du, wirst 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 du, w